Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag, dem 3. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 0815. Mein Gott, was für eine schöne Nummer, eine 0815. Die heutigen Themen Boykott, neue Messenger, 15 Jahre, Milliarden verschleuert, Meet vs. Duo und iPhone SE. Und die fleissigen Hörer dürfen dreimal raten, wer bringt wohl einen neuen Messenger auf den Markt. Genau, es googelt heute ein bisschen und zwar ziemlich kräftig. Aber zuerst kommen wir zu einem kleinen Boykott oder noch besser zum kleinen Hinweis. Mit einem Gewinnspiel in der Geek Talk Daily 808 haben wir ja gefeiert und durften euch ein bisschen was zurückgeben. Das Gewinnspiel läuft noch bis Ende dieser Woche. Somit mitmachen, wer noch nicht hat oder noch nicht wollte und sonst weitersagen oder sein lassen, wie auch immer. Aber jetzt kommen wir doch zu den Neuigkeiten, der Boykott. Ja, aktuell haben ja Kinos zu, wie so vieles andere auch. Und deshalb sind gewisse Distributoren oder Filmkonglomerate auf die Idee gekommen, online ihre Filme zu vertreiben. Und so hat das auch Universal gemacht und hat damit mehr Erfolg gehabt, als wenn sie es normalerweise ins Kino bringen. Sogar auch noch mehr eingenommen, mehr umgesetzt und so weiter. Soweit, dass man laut darüber nachdenkt, in Zukunft alles parallel auch digital rauszuhauen, also parallel zum Kinostart. Das hat in der letzten Woche schon AMC Theater dazu bewogen, ein Boykott oder auf die Barrikaden zu steigen und Filme von Universal zukünftig nicht mehr in ihren Kinos zu zeigen. Jetzt hat auch die zweitgrösste Kinokette, Cineworld, herausgegeben, dass sie in Zukunft keine Universal Filme mehr zeigen werden, sofern Universal das Ganze umsetzen wird. Ja, hier sind natürlich die Universals dieser Welt ein bisschen weiter vorne und haben ein bisschen mehr Hebelwirkung, glaube ich, als die Kinos. Das wird noch spannend und vor allem auch eben die Frage, wann dürfen wir wieder ins Kino und zwar auch so, dass es für die Kino rentiert. Ich meine, wenn wir alle da mit zwei Meter Abstand sitzen müssen, so ein schlecht ausgelastetes Kino kann auch nicht überleben, glaube ich. Und ja, Universal ist ja auch nicht der Einzige. Disney hat ja auch schon den Pixar-Film Onward, die kleinen, keine halben Sachen oder wie der heisst, haben sie auch schon direkt quasi auf die Streaming-Plattform Disney Plus gehievt und nicht über die Kinos laufen lassen. Ja, es könnte schwer werden, aber jetzt kommen wir zu den Googles dieser Welt. Heute, wie gesagt, Google, Google, Google und noch etwas Google steht, glaube ich, irgendwie im Titel. Genau, Google möchte eine neue Chat-Funktion, einen neuen Messenger rausbringen und der soll integriert sein in Stadia, der Spiele-Plattform, die, ja, sagen wir mal, anläuft oder noch am Anlaufen ist und noch ein bisschen Schwung gebrauchen kann. Da möchte man das Feld nicht anderen überlassen wie Discord und Skype und Geschichten, wo sich dann die jeweiligen Spieler austauschen, währenddem sie eben auf der Google-Plattform spielen, sondern da möchten sie natürlich die Leute bei sich drin haben. Ja, kann man machen, vor allem Google, die ja so viel Erfahrung und so viel Erfolg mit Messengern haben, wird eine gute Geschichte, glaube ich. Weiter geht's mit YouTube und da gibt's was zu feiern, denn vor einigen Tagen, also noch letzte Woche, feierte YouTube ja der 15. Geburtstag. 15 Jahre alt wurde die Plattform und in unseren Shownotes findet ihr einen Link oder auf daily.geektalk.ca findet ihr einen Link zu einem Beitrag auf dem Google-Watch-Blog, wo ihr die ersten, ich glaube, es waren die ersten 10 Videos findet, die auf der Plattform erschienen sind. Ein Zoo-Besuch von einem ehemaligen Google-Mitbegründer, glaube ich ist es sogar, genau. Dann, also Google-YouTube-Mitbegründer, dann ein Snowboard-Film und noch was zu lachen. Schaut am besten selber mal rein, wenn ihr die Filme nicht eh schon gesehen habt, beim 10-jährigen Jubiläum oder beim 8-jährigen oder was man davor alles gefeiert hat. Google geht's aber nicht nur gut, man hat nicht nur zu feiern, man hat auch zu beklagen. Anders als, komme ich nachher noch dazu, Apple sahen nämlich die Quartalszahlen nicht ganz so positiv aus. Man hat zwar gewachsen, man ist gewachsen, aber man hat auch nicht so deutliche Einbuße gemacht im Werbegeschäft. Einnahmen durch die Werbung sind wirklich um 15% zurückgegangen und das sind ja bei so hohen Umsätzen, die Google durchwälzt, riesige Summen, weshalb Google jetzt noch mehr in den Clinch gerät, weil die Mutterfirma, also das Dach oben drüber, Alphabet, war ja schon in den letzten Quartalen immer wieder mal hart an der Grenze. Man hat extrem viel Geld verbraten und dennoch übers Ganze gesehen nicht wirklich viel eingenommen. Die einzige Cash-Cow ist eben Google und die Einnahmen, die sie da haben, grob gesagt logischerweise. Und da verbratet man aktuell 13 Millionen Dollar pro Tag. Und das ist natürlich schon heftig. Der geht langsam in Richtung der Lufthansa, die aktuell, man sagt, eine Million pro Stunde verbratet. Und das ist ja auch nicht schön. Auf jeden Fall dürfte sich bei Google und generell bei Alphabet in nächster Zeit ein bisschen was ändern, weil lang können sie so natürlich auch nicht weitermachen. Gehen wir weiter bei Google und bleiben wir beim Messenger. Wir hatten heute, glaube ich, irgendwie schon mal das Messenger-Thema. Genau, Google Duo hat sich ja mittlerweile auf so ziemlich allen Google-Smartphones, also Android-basierten Smartphones, eingeschlichen, eingebrannt und aufgezwungen. Und die bekommt jetzt Konkurrenz, nämlich von Google Meet. Google Meet ist ja das quasi Pendant von Skype oder Microsoft Teams, so in die Richtung, wenn man es ganz grob sagen möchte, und kommt aus dem Business, also von den G-Suite-Geschichten her. Und beide Dienste haben sich jetzt, also sind ja generell kostenlos oder jetzt kostenlos während der Pandemiezeit und bohren auf und kannibalisieren sich. Und es gibt wieder mal ein riesen Durcheinander in diesem Google-Universum. Dafür hat es von der Apple-Seite ein bisschen Schöneres zu berichten. Unter anderem natürlich dank den ganzen Diensten, die Apple in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, sind die Quartalszahlen, die Geschäftszahlen deutlich rosiger von Januar bis März 2020. Trotz Corona konnte man deutlich vorwärts machen und man hat, so sagt Tim Cook, mit dem iPhone SE auch das schnellste oder ein schnelleres Smartphone als alle schnellen Android-Smartphones auf dieser Welt auf dem Markt gebracht und das zu einem Apple-freundlichen, niedrigen Preis. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird über den Sommer. Wissen wir immer, ist die Durststrecke vor den neuen grossen iPhones, was da noch alles kommt. Und wir dürfen gespannt sein, was Google so alles tut und noch mehr, was die Woche für uns bringt. Ich wünsche euch einen wunderschönen und guten Start in diesem Tag. Geniesst ihn und ja, bis bald wieder, wenn ihr mögt, morgen. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.